Hallo zusammen, ich bin der Swissly Biker, ich bin die Dörf Tour Guide und mit mir kannst du die Schweiz auf eine ganz besondere Art erleben. Ich habe mich ein wenig spezialisiert auf die Schweiz. Als roter Faden gilt der MIE Grand Tour auf Switzerland. Und es hat so viele Sehenswürdigkeiten bei uns zu sehen, dass es eigentlich unmöglich ist, all diese Höhepunkte auszulesen. Heute habe ich ein ganz spezielles Zückerli bereit für euch. Wir gehen zusammen auf die Schildtour. Ich muss ehrlich sagen, am Schildtour bin ich schon manchmal gewesen. Aber mit dem Dörf, bin ich noch nie am Schildtour gewesen. Dann sind wir auf das Birg. Und im Birg ist es ziemlich spektakulär gewesen, vor allem für uns Dörffahrer. Weil das ist ein ganz enges Gang. Und dann sind wir den ganz engen Gang durchgefahren. Dann geht es in der nächsten Gondel. In der letzten Sektion. Wir fahren auf 2970 Meter. Das weltberühmt ist das Schildtourm Beats Gloria. Berühmt ist das wegen James Bond. Von Her Majesty's Secret Service haben sie hier aufgenommen. Und jetzt fahren wir doch hier auf diese Plattform hinaus. Weltberühmt, wo sonst hunderte Fotolisten sich tummeln. Das Gefühl von Freiheit. Die Aussicht geniessen. Das Gefühl von vergessen. Den Alltag loslassen. Ich kann euch das nicht beschreiben. Es ist Hammer. Willst du auch so etwas erleben? Freiheitsgefühl. Einzig sein. An einem Ort etwas geniessen. Den Alltag vergessen. Willst du das auch? Dann läutet mir an oder schreibt mir. Der Swisslybiker macht vieles möglich. Er wird dir den einen oder anderen Traum versuchen zu erfüllen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich auf deine Nachricht.